Doch es ist eine gute Wirkung aus seiner Hand, denn all die blutigen Tropfen, die herabfielen, empfinden da ja und gebar im Kreislauf der Jahre starb in den Indien. Die großen Geganten in strahlender Rüstung und mit langen Schweren in der Hand, sowie auch Nymphen, die man auf der unendlichen Erde Mälische, also Eschen-Nymphen nennt. Schweren